Die Firma Bengard macht Dachbegrünungen und Plattenbeläge auf Dachabdichtungsebenen. Wir sind meistens der Subunternehmer vom Dachdecker und machen dann nach Wunsch des Architekten die Dachbegrünungen drauf oder den Plattenbelag. Was man auch zusätzlich dazu sagen kann ist, dass dieser Beruf ziemlich zukunftsorientiert ist. Das Feinklima ändert sich in der Stadt, Staub muss gebunden werden, was auch wichtig ist für die Umwelt und das motiviert mich jeden Tag, dass ich mein Bestes gebe. Mir gefällt es natürlich draußen in der Natur zu arbeiten. Leider ist mir manchmal Wind und Wetter ausgesetzt, allerdings ist es natürlich schön, wenn man ein Dach sieht, das in allen Farben schön blüht. Das entschädigt natürlich für alles dann. Ich bin in der Disposition zuständig, darf die Baustellen vorbereiten für die Arbeiter draußen, bestellen die Materialien an die Baustelle oder buchen die Hotels im Voraus. Also ich bin seit 2015 bei der Firma Benkart, habe als Baustellenhilfskraft angefangen und mir wurde relativ schnell die Chance gegeben in der Bauleitung tätig zu sein. Das hat mich positiv überrascht, dass mir das Vertrauen gegeben worden ist, auch als Quereinsteiger. Was ich an der Firma super finde, ist das Betriebsklima, was ich auch außerhalb vom Betrieb widerspiegelt in den Veranstaltungen. Also was mir auch noch besonders gefällt sind, dass wir bei den neuen Firmenfahrzeuge, was jetzt bestellt worden sind, dass wir da mitentscheiden durften, was in die Fahrzeuge reinkommt, wie Klimaanlage, Standheizung, die Ausstattung, alles drum und dran, konnten wir mitentscheiden. Für mich als älteren Mitarbeiter ist es ja so, dass man ein bisschen eine Jobgarantie braucht, weil man ja nicht allzu viel Zeit mehr zum Arbeiten hat. Und die habe ich hier, das ganze Rahmenprogramm gefällt mir auch total gut. Es spielt auch keine Rolle, was man im Vorfeld gemacht hat, sondern es zählt einfach nur, dass man jetzt motiviert ist, um auch was Neues auszuprobieren und sein Bestes zu geben.